So Leute, ich bin jetzt wieder unterwegs und zwar habe ich mir jetzt gerade ein Uber bestellt zur Busstation. Ich habe jetzt noch den Matsch geschaut, darum bin ich jetzt ein wenig später dran. Schweiz-Canada, die Schweiz ist grandios gesiegt. Und ja, jetzt warte ich hier auf mein Uber. Und danach geht es etwa 3-4 Stunden in die nächste Stadt. Nachmittag. 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 Zahm. Danke. 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 Auf Wiedersehen. So Leute, ich bin in Morelia gekommen. Das ist die Hauptstadt von der Bundesstaat Michoacan. Und es hat etwa 500.000 Einwohner. Ich habe jetzt das Hostel. Ich laufe jetzt etwa 1 Stunde zu dem Hostel. Hallo zusammen, ich bin jetzt hier im Starbucks und es ist das WM-Final der Schweiz gegen Schweden. Ich bin jetzt aber mega mit Fieber. Es ist eine Verlängerung und ich halte es fast mehr aus. Aber das kommt gut, das kommt gut. Ja, scheisse. Es hat nicht sollen sein. Super gespielt. Geil am Arsch gewesen. Meine Nerven sind am Arsch. Aber ja, nächstes Mal hoffentlich. Guten Morgen Leute. Es ist 10 vor 7. So früh war ich glaube ich noch nie wach gewesen auf meiner Reise. Und es hat einen Grund und zwar heute fahre ich mit Blablacar in die nächste Stadt. Was das genau ist, seht ihr nachher. Weil ich muss jetzt etwa gehen. Ja, habt ihr jetzt den Zug gehört? Da bin ich fast das Trommelfeld kaputt gegangen. Und der muss aber so nicht mehr machen, weil da hat es weder noch Leichtsignale noch sonstige Abschrankungen da vor dem Bahnübergang. Darum ist das glaube ich das einzige Richtige. Aber die Anwohner, die dort wohnen, das wünsche ich keinem. Morgen um 7 Uhr. So verdammt verdammt. So meine lieben Freunde, ich bin jetzt hier in Siuataneco. Ich hoffe ich habe es richtig ausgemacht. Das ist der Luis. Der hat mich jetzt hierher gefahren. Und zwar eben mit Blablacar, wie gesagt, das ist eine App, wo man eine Fahrt anbieten kann. Zum Beispiel, er muss jetzt hier arbeiten, noch einmal jemanden abholen, am Flughafen und dann müsste ich sowieso da durchfahren. Und er konnte jetzt diese Fahrt eigentlich online stellen. Und ich habe jetzt gesagt, ich würde gerne mitfahren. Und das ist irgendwie, das kostet jetzt 10 Euro, glaube ich. Und mit dem Bus wäre es etwas doppelt. Das wäre über 20 Franken gewesen. Von daher ist es gut für ihn, es ist gut für mich. Blablacar, das ist da mega bekannt. Also es reisen recht viele Leute mit dieser App. Von daher finde ich gute Sachen. In Europa gibt es das auch. Falls ihr noch nicht kennt, wirklich coole Sachen. Und ja, jetzt gehe ich mir mal das Dörfli anschauen. Unglaublich verschissenen Namen. Ich weiss schon wieder nicht, wie es geht. Aber ich lerne es bestimmt noch. Es ist an der Pazifik-Küste, es ist wieder am Meer. Es ist wieder viel, viel wärmer hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiss nicht, wie gut die hier Englisch sprechen, aber ich glaube es nicht allzu gut. Was meint ihr? So, ich bin also abgeholt worden von meinem Couchsurfing-Host, Herrn Nen. Hey, wo ist er, Bro? Und wir gehen jetzt noch etwas füttern. Also besser gesagt, er geht noch etwas essen, weil ich kann schon essen. Es hat Fisch gegeben. Und er geht jetzt dasselbe essen. Ja, noch. So, wunderschönen guten Abend zusammen. Erna und ich sind jetzt noch am Gringo essen. Für einen Gringo gibt es natürlich Gringas. Ja, er hat vorhin noch gearbeitet, bis am 9 Uhr. Ich war da noch ein wenig in seinem Apartment. Das zeige ich euch später noch. Und ja, jetzt essen wir da noch etwas. Wie geht es dir, Algo? Ah, zu Gringas, per favor. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ernan und ich sind schon wieder unterwegs. Es ist morgen am 9 Uhr, aber es ist wieder verdammte Hitze da. Unglaublich, es ist irgendwie... Gemäss dem Wetter bricht es nur 31 Grad. Aber es ist so gefeucht und alles. Es putzt einen fast jetzt schon morgen. Wir gehen jetzt zu ihm ins Geschäft. Er arbeitet in der Nachbarstadt. Istapa. 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 Das ist so ein Resort für die reichen Amis und so. Und dort hat es ihm und seine Eltern einen Kleiderladen. Und dort gehen wir jetzt hin. Es ist ein Video. Es ist ein Video. Ja. So, ich habe jetzt hier einen Kaffee gefunden. Zumindest im Center, wenn es so ein Center gibt. Ich habe mir jetzt noch eine Omelette bestellt. Und ja. Zuerst mal etwas leckeres Essen. Und dann geht es an die Arbeit. So, ich bin jetzt da also in Istapa. Und ein richtiges Dorf oder so ist das eigentlich nicht. Hier vorne hat es so Geschäfte. Hier vorne hat es auch so ein bisschen. Ja, so Caffees gehabt. Restaurantchen. Da hat es noch so Senior Frogs und so. Und auf dieser Seite da. Da vorne ist der Strand. Hier ist ein Hotel nach dem anderen. Und ich suche jetzt irgendwie einen Ort, wo ich zum Strand komme. Und das ist gar nicht so einfach, weil das ist wirklich ein Luxushotel nach dem anderen. Aber irgendwie würde ich schon einen Weg finden am Strand. Ich hoffe es zumindest. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie wunderschön da. Es ist einfach alles irgendwie so ein bisschen gemacht für die Touristen. Und es hat eigentlich gar keine so Häuser, wo die Einheimischen wohnen. Ich glaube, die wohnen alle irgendwie in Cihuatanecu. Ich hasse das Wort. Auch ich bin nicht perfekt. So Leute, ich bin jetzt hier am Strand von Istapa. Und ich muss sagen, das sieht schon recht cool aus hier. Und es wäre eigentlich auch recht gut zum Surfen. Recht grosse Welle. Und da hinten seht ihr auch die Hotelkomplexe und alles. So ein Wasser ist sehr warm, wie in einem Swimmingpool. Ich glaube, ich lasse heute mit Schwimmen, weil... viel abkühlen würde das nicht. Und mein... der Hernan, mein Host, der ist jetzt schon gleich fertig mit zu arbeiten. Und nachher gehen wir etwas essen, weil ich hau mässig Hunger habe. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da alles voller Amis ist. Aber es sind hauptsächlich Mexikaner da. Und ich glaube, das ist... Weil die Saison ist jetzt eigentlich durch. Die Pfade so ein wenig... in der Winterzeit von uns. Wenn es in Kanada und Amerika richtig kalt ist, kommen alle Amis da hin, um sozusagen überwinteren. Und jetzt ist eigentlich, ja... in Kanada und Amerika halt auch wieder etwas schöner. Darum gehen dann die wieder zurück. Darum ist jetzt die Saison vorbei. Aber ich bin auch erstaunt, wie viele Leute das eigentlich gleich noch da hätte in diesem Resort. So, wo die Saison eigentlich durch ist. Aber eben, das sind hauptsächlich Mexikaner. So, und ähm... Puto da vorne haben mich jetzt abgeholt. Mexikaner Name ist Baby Raccoon. I am a Baby Raccoon. Crazy Typ da. Fuck yeah. Jetzt ist er mega scheich. Aber sonst schnort der Wieners Buch. Wir sind jetzt da in einem Sea-Safood-Restaurant. Und jetzt hoffentlich jetzt gleich zu essen. Weil wir haben beide mega Hunger. Und jetzt nimmt es mir Wunder, eben etwas in die Kamera etwas zu sagen. Mh, wie ist das Mexiko? Mh... So fucking delicious. Ich habe gesagt, das ist crazy. So, jetzt habe ich aber geschluckt. Es hat jetzt zu essen gegeben. Und zwar müssen wir euch das mal anschauen. Shrimps mit Speck umwickelt. Umwickelt mit Käse. Innen dran. Hörnäpfelstock und ein bisschen Gemüse. Und was hörst du? Crocodile. Crocodile. Mhm. Klar. Ähm... Und... Wir haben jetzt leider... Weil wir ein bisschen warten mussten. Weil wir so Hunger hatten. Da haben wir ganze Hörnäpfel von diesen Chips gegessen. Ich hatte schon fast keinen Hunger mehr. Aber... Aber... Das mag schon irgendwie. Aber... Einen guten... Provecho. So, er möchte jetzt da noch... Mit seiner alten Hörnäpfelkiste möchte er jetzt da noch so ein Video machen, wie er da vorbeiflitzt. Und das mache ich natürlich für ihn. Er ist ein bisschen Autofreak. Obwohl seine Karre ist wirklich uralt. Es geht fast auseinander. Aber ja... Und ich habe viel zu viel gegessen. Ah... Scheisse. Hat die Chips nicht so gelassen vorher. So... Ernan habe mich jetzt hier gerade ausgeladen. Und zwar ist jetzt da so ein Punkt, wo es frei lebende Krokodile hat. Ich gehe jetzt mal hier ansehen, ob es da wirklich etwas rum hat. Ah... Ich sehe es schon. Er hat also einen ganzen Haufen rum. So geil. So geil. Wie habt ihr hier viele Liguane gesehen? Auf Eichelapp. Dort hat es irgendwie ein Loch. Ich hätte es nicht. So ein Loch in dem Hag. Es ist sehr beruhigend. Wenn man weiss, dass da unten etwa 30 Krokodile schwimmt. und setzt einfach das Loch im Haag. Aber ja, es wird nicht so schlimm sein. Ich sehe hier hinten vielleicht im Hintergrund den Baumstamm. Es ist gerade einer auf dem Baumstamm oben gelegen. Es sah richtig geil aus. Und dann kam eine verdammte Welle und hat ihn einfach weggespielt. Richtig lustig gewesen. Und ich habe noch ein paar Fotos gemacht. Ich habe gesagt, ja, mach ein paar Fotos und so. Und ich so, zack, zack. Darum habe ich jetzt leider nicht hier, das habe ich jetzt leider nicht gefilmt, aber ich zeige euch schnell ein Foto. Es sieht wirklich lustig aus. Ich bin jetzt den ganzen Strandenklinkel entlang gelaufen. Und jetzt gehe ich vermutlich noch mal schnell ins Wasser da vorne. Ich habe Lust, es ist wirklich mega schön da zum Schwimmen. Man ist wirklich mutterseelenlein und jetzt eben ein paar Leute winken wieder. Die paar Leute da hinten. Aber da ist weit und breit eigentlich niemand rum. Und da mit diesen Palmen und so, es sieht richtig schön aus. Und die Wellen sind richtig geil. Richtig grosse Wellen. Ich wünschte, ich hätte ein Surfboard da. Aber ja noch. oi 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 hei, fiese Welle hhe? Es war jetzt ein richtig cooler Nachmittag da gewesen, wasen wir noch? Wir geniessen so richtig hier einfach die Einsamkeit zu geniessen und einfach bisschen seien, etwas chillen und ja, richtig, richtig geil. So, wir sind jetzt da noch eins am Trinken zwar mit Elisabeth. Und wir müssen mal schauen, was für einen coolen Ort es da ist, so eine Bar. Und man sieht hier schön direkt aufs Meer. Ich hoffe, ihr seht es ein wenig. Auf jeden Fall ein recht cooler Ort hier. Und ja, morgen geht es übrigens schon wieder weiter. Aber, das erzähle ich euch dann zu Neustadt. So, ich habe natürlich das Video vergessen zu beenden gestern. Wie hätte es auch anders sein können. Trotzdem, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und bis gleich. Ciao, ciao.